Hi Leute, ich bin der Coke und spiele The Blob 2 für einen DS. Ähm, fangen wir gleich mal mit einer Story an. Genau. Äh, oi, sind wir ja schon bei 16%. Ja, so fast ein Viertel. Haben ja gestern, ähm, die erste Welt komplett beendet und, ähm, ich möchte gleich die nächste im Angriff nehmen und sage, go! Oh, ähm, also, wie schon gesagt, also ich, ich finde es gerade spannend, ich, ich, könnte mich drüber freuen, wenn jetzt da irgendwelche, geheim, was, geheime Rätsel, äh, gelöst werden müssen. Ich sollte mir mehr Zeit nehmen und das mehr durchlesen, aber naja, gut, äh, ich möchte erst mal zocken. Äh, los geht's, Plopp, ähm, na gut, äh, beim nächsten Mal mache ich's. Äh, äh, oh, diese schöne, blau, lila, 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 lila geht's weiter, ich mag irgendwie die Farbe, ähm, aufwärts, ah, cool, eine neue Mission. Äh, die wäre, äh, fünf Routinebilder, ähm, aha, die Bäume also. Bäm, erledigt. Coole Sache, ähm, und die Tür öffnet sich, geil, so will ich das haben. Ähm, ähm, drei, ähm, Farbdexter habe ich schon gerettet, 15 müssen es sein. Okay, könnte ein bisschen dauern, oh, ne, doch nicht. Jetzt sieht er schon mal, viere, fünfe, ui. Okay, okay, nehmen wir mal blau. Ah, ja, das war ja so klar gewesen. Ähm. Komm her, hier war noch was. Äh, und die Musiknoten, die man hier einsammeln kann, äh, die geben einen, einen Leben wieder. Na, mit braunen weitermachen. Jawoll, 13 Leben, zweite Note, Respekt. Und weiter geht's. Aha. Nehmen wir mal einfach alles mit. Na gut, zurückkommen wir also der nicht mehr. Hoffentlich habe ich alles eingesammelt. Und es gibt eine neue Mission. Na gut. Aha, hier ist ein blauer. Mit einem Baseballschläger. Ha. Der erste. Na gut. Ähm. Ah. Nochmal. Ja, jetzt bleck wieder blau. Ha. Und das am frühen Abend hier. Erledigt. So will ich das haben. Da war noch was. Machen wir halt mit blau weiter. Ne schöne Farbe. Da ist noch so ein Mini-Kicken. Okay. Aufwärts. Nein. Ähm. Nochmal. Alles klar. Ich bin Lila. Ähm. Und ich brauche Rot. Das haut ja mich tot. Na komm her. Jetzt komm her. Sonic Move. Ja, sah aus wie Nuggles Move. Blau. Äh. Mist, Lila. Jetzt aber. Hier vorne war auch noch mal einer. Komm her. Gut. Streifenwullen waren mal. Was ist das? Aha. Schaffe ich's? Schaffe ich's? Ja. Wow. Oh. No. Das war jetzt. Äh. Nicht schön. Nochmal. Ähm. Ah. Jetzt kriegt ihr Sprung hin. Yeah. Alter Schwede. Ja, ich krieg nochmal ein Leben zusammen. 13 habe ich. Und abwärts. Sonic Move. Ja, alles klar. Es ist wie Sonic. Sogar hier dieses Colors. Was gerade rausgekommen ist. Verdammt. Okay. 13 schon mal gerettet. Äh. Ich glaube, ich muss hier runter. Yeah. Ich hab schon mal alle, ähm, Farbkleckse befreit. Schönes Ding. Aha. Aha. Alles klar. Nein. Nein. Au revoir. Das war blöd. Jetzt aber. Das war mal ein Anlauf gewesen. Aha. Hier geht's also lang. Ich brauch orange, glaub ich. Dann nehm ich hier rot. Oh. Ich meinte gelb. Ey, du. Batz. Hat er mich einfach geschlagen. Oh, ich hab alles. Cool. Na, denn zum Finish. Ja. Ja. Genau. Ähm. Ja. 19%. Mit dem ersten Level fertig geworden wieder. Also in der zweiten Welt mit dem ersten Level. Cool. Na gut, jedenfalls. Das war's von mir. Ich bin der Coke. Ähm. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und, ähm. Ja. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.